Shit! Oh nein! Hier, Bip! Hier, Bip! Was hält's da raus da? Ja? Bip! Nein! Nein! Oh ja, ich sehe... Was ist gut, der Absoluter? Ja, aber vielleicht auch noch ein ganzer Essay und der macht den Spiegel wieder halb voll. Oh oh, ich bin tot. Hier ist ein Zerato. Und hier ist ganz viel Essen. Tote Dinge. Er hat mich gesehen. Hier sind zwei tote Alus bei mir. Der Zerato greift mich nicht an, der läuft einfach weiter. Der ist der Zerato. Der trinkt da unten schön nicht. Der Zerato läuft chillig Richtung Sparta noch am Fluss entlang. What the heck? Er hätte mich auseinanderflicken können. Was? Oh man, jetzt bin ich wieder voll Glückwunsch. Warum? Warum gehst du nicht da weg? Was ich hier sehen will. Was ich hier reingemalt, da wurde irgendwie vom Spiel was geändert oder... Edit gegen bei mir. Oh, schlecht. Na, hab ich dich gesehen? Noch nicht. Ich komm in deine Richtung. Laufender hoch. Dass ich nicht gestorben bin, jetzt ist einfach wieder ein Wunder. Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen, aber mein... Ich dachte, das war's jetzt wieder. Jaaa... Jaaa... Aber er dreht sich schön. Perfekt. Perfekt. Jetzt auf, dass ihr dich nicht niederrennen seid, sah ey. Einen Bleed nur noch. Schön. Passt ihn. Aber er lockt auf jeden Fall. Der schwarze, äh der... Graue lockt. Na. Schön. Oh, hat er seinen Freund gegort, oder was? Nee, glaub nicht. Oh, er bewegt sich! Er hat sich gedreht, glaub ich. Echt? Nee, bei mir nicht. Nee, okay. Der eine lockt der Mail. Ja, dann kannst du, genau. Bipp nicht spammen. Ich hab dich nur einmal beißen sehen. Der hat seinen Freund getroffen. Tatsächlich? Ja. Ja. Wie viel Bleed hast du Bipp? 1,2. Und welchen Screen? Du kannst dich da reinstellen. Nicht spammen beim beißen. Genau. Nur eine Sekunde. Ach shit. Nein, jetzt den gelben, den gelben! Oh, nicht zu oft getroffen werden. Ja, solange er sich bewegt. Ja! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Das ist oh, oh! Geht wieder los! Ich komm zu euch! Maja ist bei mir! Liegt schon wieder das! Warte, sie wissen noch nicht, dass du Eltern hast. Verkaut ohne Ende. Ja, 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 tschee. Das Problem ist, man weiß nicht wo lang, woher die Dibbles dann kommt. Das ist ja gut, er kommt. Hm? Ist jetzt bei dir? Echt? Seh'n nicht. Nein, Maja. Ach da, scheiße. Nee, ich weiß nicht. Seh'n nicht mehr. Ähm, ich will zurück zu den Paranleichen. Hier liegt noch ein Dilo. Oh, okay. Das liegt ja nicht mehr. Ich höre'n drüber. Ich auch. Wo ist, äh, der Kano? Kano? Ja, Dilo. Dilo ist weg! Es war nur ein Biss, es war nur ein Biss. No, hast du nicht vom Paranach gegessen? Ja, doch. Ich habe viel vom Paranach gegessen. Aber wo waren die anderen dann? Ja, die sind, die sind da. Ja, wir sind gut hier. Wir müssen nur ein Bisschen, ein Bisschen weiter linksrum, um das rum. Ähm, da sind... Der Kano-York, den Jutta, da hinter uns. Da! Kano und Jutta spielen Fun. Lass die Kinder spielen. Da sind sie schon. Da sind sie schon. Hast du es gehört? Die Majas und Dibbles sind da. Mach die weg. Wie sieht er schon? Ich hab'n Drio, genau. Ja, das habe ich auch gehört. Ich höre laute Essgeräusche. Ja. Du bist ein Elders! Nein! Jetzt musst du nur noch auswachsen. Ja, aber... Ich meine, perfekte Bedienung. Ja, wir haben genug Essen hier eigentlich, glaube ich, hoffe ich. Mann, eine Woche hat das jetzt gedauert. Ich bin gestauben beim ersten Mal, Herr Dulz. Mann, hör auf! Ich bin gestauben beim ersten Mal, Herr Dulz! Wenn du ihn siehst... Jetzt sind direkt Räume zwischen uns. Nicht... nicht... Wenn du wegrennst und trampelst, dann hört er dich, ne? Äh, er hat mich. Oh mein Gott! Nein! Nein, ein bisschen Ich weiß noch nicht, dass du da bist Scheiße, ich kann da nicht rein, sonst weiss ich dich tot Ich hab einen, äh, bist du überlebt? Nein Er ist tot! Sitzbib! Jawoll Na vorsichtig bitte, nicht Sidesack Die ist noch nicht groß 08 Eisbib Was? Ich hab ihn Ich hab ihn Ich bin mir aber nicht sicher Ich hab den Sound nicht wirklich gehört Während er gibt Er hat keine Stamina mehr, sonst würde er crouchen Er croucht Aber er kann halt nicht mehr Oh! Oh Gott! Beißen, beißen, beißen So viel du kannst Schön So, schnell in irgendein Waldstück hoppeln Und da heilen Fängt gut an mit der Hexpest Volldurchdunten Neee Oh, seh ein Er sitzt Hallo Hallo Einer kommt runter, wir ran Er kommt In meiner Richtung Hä? Da ist er Schnell Ja, du kriegst ihn What? Ich war mitten in ihm drin Bleib gewälligst hier Du stinker Dass das mit den Elben so gut klappt Auch grad schon am Restplay Okay So, oben ist noch was Wasserfälle oben Auf dem zweiten Wasserfall Ich seh da noch nichts Ich seh da noch was Ich seh da noch was auf den Steinen Ich war da los Ja, doch, doch Jetzt rendert der andere auch rein Oh, da sind, ja tatsächlich Da sind mehrere Schnell wieder verstecken Was sind sie denn jetzt? Die sind jetzt direkt am Wasser am Trinken Also es sieht so aus Ne, warte, die schwimmen rüber zu mir Die kommen voll zu mir Die wollen den Elber glaub ich echt Ich seh sie Ja, sie kommen zu dir hoch Ich seh sie grad nicht mehr Ich seh sie grad nicht mehr Sind sie schon drüben? Hm, ja Ja Ja, keine Ahnung Rechts oder links von Warte, ich kann ihn hoch Ah, ja, ich seh Ah, ja, ich seh Ohohooo Ma 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 Monster kid Oh mein Gott, wie die Zurück geguckt haben Zu euch Ach ne, ich höre nicht Der hat sich gelohnt Boah, ich war dir erwischt Ich lass mich erstmal Hallo sagen gehen Ich bin nicht so weit weg, wie du denkst Bin ich hier hin oder bin ich abgebrochen? Ja, ich hör dich nur mal Oh mein Gott, was ist jetzt so ne Juvie-Party Was ist das süß? Oh, du bist das! Oh, ich seh Oh, ich seh Oh, ich seh Mann, das kannst du nicht machen Ich hab mich gerade hingehen Mann, ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein Oh, ich bin jetzt werfen Oh, ich seh Oh, ich bin jetzt eins in die, ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Egentlig